Hi Freunde, willkommen zurück in City Skylines. Wir müssen eine U-Bahn bauen, weiter bauen. Hier hatten wir das jetzt schon gemacht. Hier fällt noch. Okay, und das lassen wir jetzt am besten geradeaus fahren. Nicht mehr so kreuz und quer. Und zwar machen wir hier eine hin, glaube ich, auf welcher Seite ist, dass es ja passt. Machen wir da irgendwo, oder? Das ist ja nicht wirklich viel Entfernung, als machen wir da eins hin. Die Reklanzendecke geht natürlich nix, wie so auch immer, da geht was. Dann machen wir da noch eine hin. Sollte ja reichen, wobei, da sieht man ja, wie weit es reicht. Hm. Da könnte ich noch einige machen. Da könnte ich ja hier eins und dann hier gleich wieder eins machen. Ach, ich lasse das jetzt erstmal so. Wobei ich eventuell... Nein, ich lasse das. Da noch eins hin und dann machen wir da oben noch. Oder? Hm, weiß nicht. Hier in der Mitte vielleicht noch eins. So. Dann brauchen wir da drüben noch. Und da oben. Und da drüben auch. Oh je. Hm, hm, hm. Machen wir einfach in die Mitte mal rein. Nein, nicht so. So. Da eine hin. Und da drüben vielleicht noch. Hier vielleicht. Direkt an den Dings da. Das würde passen. Dann hier noch irgendwo. Ne, ver... Nein, das reicht. So. Hier hatten wir. Und hier. Jetzt mach ich da erst mal Schienen hin. Da hin. Und das da geht dann kurvig natürlich. Da rüber. Hm, hm, hm. Noch ein bisschen. So ungefähr. Da ist dann Ende vom Gelände. Dann verbinde ich das da. Irgendwie. Ja, geht sogar. So. Und dann auch so entlang. Können die verfahren. Keine Ahnung, sieht man nicht. Ich hoffe mal. Oh je. Und dann machten wir da auch noch... Das können wir ja gleich mit dem da verbinden. Hm, na gut. So. Okay. Dann das da noch. Okay, und das da. Okay. Muss ich jetzt glaube ich da hoch. Ja, genau. Oh je, das wird was. Kann ich da so scharfen Kurven machen? Ja, kann ich schon. Okay, das passt doch. Hätte ich nicht gedacht. Dann verbinde ich das jetzt aber auch damit gleich. Damit es auch alles schön passt. Direkt an den Bahnhof heran. Ja. Oh, gut. Und dann noch hier eins darüber. Kann ich da auch mehrere Linien fahren lassen. Wäre auch nicht schlecht. Wobei ich die eine Linie dann abheuße. Erstmal. Okay. Lassen wir da noch eins rumfahren. Dahin. 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 Dann machen wir da noch eins hin. Wenn es gehen wird. Da geht was. Oder soll ich da? Nö, lassen wir. Die sind hier. Dann mache ich da was hin. Nicht zu nah, weil da wird es ein bisschen kurvig. Ah, das sollte passen. Waren wir auf die Seite vielleicht. Hier hin. Äh. Hier hin. Und da drüben. So. Und dann noch. Äh. Da, da. Dann kommt da eins und da eins. Okay. Und zwar. Von hier. Und. Und hier. Da noch was hin. Und. Hier. Hier. Okay. Dann fahren da dann wieder gleich herum. Soll ich die jetzt lassen? Ich glaube ich lasse die jetzt erstmal. Dann fährt da erstmal einer darüber. Verbunden. Verbunden. Und einer fährt darüber. Das geht nicht. So. Ja, so geht es. Dann machen wir es mal da hin und dann da hin. Wird ein bisschen knickig. wird es schon passen so. Und darüber. Und dann noch von hier nach da. Wo haben wir jetzt noch? Da oben, glaube ich. Gut dann verbinden wir das auch noch. so hier nach da passt und von hier nach da passt auch da wieder ein zu hin und erst mal bis dahin so und von hier darüber so und da oben gibt es auch noch die verbinden sollen wir das da unten verbinden könnte ich ja theoretisch da oben gibt es aber auch bisschen schräg erst mal so dann nach hier ungefähr und hier hin ist zwar nicht optimal aber egal ob man kann ja nicht so klein sind die fährt im tunel wenn sie ein kleistern nach irgendeinem schönen geburt wobei ich glaube in dem spiel ein kleistig keine ob es passt so geht es auch so nicht und dann das dann noch verbinden dann mache ich da auch noch eine straße links darüber da oben nein der ist scheiße das lass ich so oder ach machen wir es einfach und hier so nach da so okay und dann noch von hier das war das ist verbunden genau da könnte ich auch noch so fahren lassen dass ich von hier nach hier die nicht wie so auch immer geht es von hier nach da vielleicht geht auch nicht so geht so rum muss dann doch auch gehen und hier jedoch und dann noch da und dann noch von hier aus nach drüben so hin und von da drüben auch darüber geht es wirklich das ist doch voll das eck hier keine ahnung wenn die meinen dass es geht dann wird wohl gehen kann ich ja noch was verbinden ja hier das da hier so dann machen wir das und da hoch nach wo auch immer wo es geht dahin und von hier nach hier nach hier und egal wird schon passen wie reiße ich jetzt da eine linie ab mit dem hier oder die liegend machen wir ja jetzt bin ich schon wieder im falschen menu ich muss doch da unten rein machen wir gleich wieder eine u-bahn und zwar ach du große scheiße jetzt geht ab oder so machen wir erst mal von hier nach da nach da da hin das du auch mitnehmen so hier nichts nö gibt hier nix so gibt es hier nix geil fertig er ist der linie abgeschlossen und dann kann ich die beiden natürlich nicht verbinden und dann kann ich die beiden natürlich nicht verbinden Prozent nachher dann eine von hier nach da Prozent das die da um sich rumkommen Prozent ich will doch abrufen dann lassen wir das so fahren dahin oder? Nein, ist auch wieder falsch oder nicht? Nö doch? Keine Ahnung Okay Kommt, jetzt reißen wir ab hier Das muss ich eh neu machen von hier nach hier nach hier da hin da hin da hin da hin und da hin und dann noch eine von da nach da nach da da ist ja dann verbunden jetzt ist das natürlich nicht dabei aber egal irgendwann schon so das wird ein bisschen unübersichtlich hier eieieieiei das wird ja richtig zum kotzen da hin da hin da hin da hin da hin so machen. Ich mach's trotzdem. Höhö. Wird schon passen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Habe ich da schon eine Linie? Dann mach ich jetzt hier eine hin. Die fahren darüber. Dann fahrt ihr auch darüber. Oder wie? Nö. Andere Richtung. Neue Linie. Geht sogar am gleichen Ding. Das ist ja gut. Wo geht's hin? Dahin. Nein, das ist jetzt gleiche Richtung. Ich will's andere Richtung machen. Und wir von hier nach da. Dann ist's nämlich andere Richtung. Im Bahnhof müsste ich eigentlich auch noch was machen. Aber ich reiß jetzt irgendwann alles ab und dann mache ich's komplett besser. Wird's das Beste sein. Aber erstmal muss die Stadt noch ein bisschen größer werden, damit sich da Aufwand auch lohnt. So. Da haben wir. Da haben wir. Da unten haben wir noch nichts. Okay. Die fahren da runter, die fahren darüber. Aber das passt. Oder auch nicht. Doch, das passt da ja so rum. Dahin. Die da mitnehmen, oder? Fahr dir dahin. Dann fahren die ja... Doch nicht mitnehmen. Fahr dir dahin. Dahin. Und dahin. Nehm dir das Ding dann noch mit. Dann nehmen die halt das dann nicht mit. Egal. Und fertig. Nein, da noch. Jetzt nehmt ihr's mit. Okay. Und dahin. Und jetzt... ...hab ich da noch eine. Naja, so'n Dinger. Dings da halt. Ziehen wir doch das Ding da noch drüber. Rüber. Ähm. Ja. Wird schon passen. Nein, passt nicht. Muss ja was ganz darüber machen. Bis hier hin. Und dann kann ich da wieder welche einfügen. Passt. Ist da jetzt ein Halt oder nicht? Doch, da ist ein Halt. Okay. Und das da. Das ist natürlich schlecht. Da wird jetzt überhaupt nix. Dann lass ich noch eins komplett rumlaufen. Die fahren... ...darüber. Die da drüben fahren... ...darüber. Dann lass ich's so rumfahren. Äh. Passt es hier? Ja, passt auch. Passt auch. Passt auch. Passt auch. Da passt's. Auch. Gut. Dann lass ich eins so rumfahren. Hm, 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 hm. Fangen wir her an. Da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Ö, 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 ö. Ach, da. Fahren wir jetzt da außen rum. Ja, passt. Dahin. 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 Dahin, dahin. Oh, dahin. Dahin. Sollen wir jetzt noch eins darüber fahren lassen? Brauche ich ja eigentlich nicht. Hm, hm, hm. Dann mache ich bei den einen hier weg, oder? Nein, die fahren hier entlang und die außenrum nicht, oder? Eigentlich wäre es ja geschickt, eine, wo komplett alles verbindet. Gut, dann fahren wir ja eben außenrum. Dahin, dahin, dahin. Da brauche ich ja eigentlich nichts mehr, oder? Machen wir ja trotzdem. Zumindest da drüben mal. Hm, ja. Hier. Noch ein zweites. Kann ich das hier eigentlich abreißen? So. Einfach nur hier hin. Dann wieder hier hin. Äh, da hoch vielleicht, eventuell. Ja, da ist ja dann Ende vom Gelände. Ich hoffe, das ist dann alles auch verbunden. Ja, das ist auch verbunden. Das ist verbunden. Ja, passt. Ich muss hier jetzt nur noch die Dinger wieder einfärben. Wie viel haben wir? Acht Stück. Nein, sieben. Was machen wir denn dafür Farben? Am Glücksten wäre es ja, wenn ich hier die Busse alle irgendwie bläulich mache und die dann alle grünlich. Wenn das eh automatisch so wird und nicht mal so ganz so bunt, dann weiß ich nämlich, was Busse sind und was, wobei das sieht man ja da kurvig und dann noch so ein schwarzer Hintergrund oder so. Aber irgendwann wird das ein bisschen pervers hier. Na ja, mal schauen. Was können wir denn da für einen grünen Ton wählen? Ich habe ja hier auch noch ein bisschen grün hin und her. Und wir mal da so einen grünen Ton. Da machen wir so einen grünen Ton. Da machen wir... Da machen wir so einen grünen Ton. Hier... Pö. Keine Ahnung. So einen grünen Ton. Ist das noch grün? Ja, ungefähr. Ist aber gleich wie der da. Äh, heh heh. Wo ist denn hier M2 und wo ist M4? Ich habe keine Ahnung. Sind das die beiden? Nein. Das ist M5. Ja, ich meinte ja M2 und M5, nicht M4. Aber hier, das wird M4 sein, oder? Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Obwohl. Wollte ich nicht. Hö, 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 hö. Ach, das ist doch scheiße. Ich mache das einfach wieder so wie immer. Da machen wir blau. Da machten wir pink. Da machten wir rot. Da machen wir orange oder gelb noch besser. Und da machen wir weiß. So, wird schon passen. Und da machen wir schwarz. Äh, schwarz, äh, scheiße. Irgendein schwarzen Hintergrund. Machen wir da so blau. Oh, okay. Sind wir das irgendwie, ja, eigentlich schon. Da ist eine Strecke, 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 da ist eine Strecke. Okay. Gut, das hätten wir auch geschafft. Die Stadt ist schon wieder riesig gewachsen. Oh, wir haben schon 111.000 Einwohner. Ach, du große Scheiße. Können wir denn da schon was? Nö. Und da können wir bestimmt schon wieder was. Ja, das hier, Statue der Industrie. Hatten wir die nicht letztens gesetzt irgendwo? Weiß ich gar nicht. Komm, die setzen wir mitten ins Industriegebiet rein. Mitten rein, hier. Ist aber groß. Oh, das ist belegt. Passt nicht. Die Straßen sind zu klein. Hä? Nein, da geht auch nichts. Oh Mann. Setzen wir es da hin, irgendwo. Geht auch nicht. Ach, verdammt. Da könnte es gehen, eventuell, oder auch nicht. Achso, da gibt es Schienen. Schienen gibt es da. Fuh, 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 fuh. Wo mache ich die denn rein? Überhaupt schnirgends. So wie es aussieht. Da könnte ich es reinmachen. So. Können die ich. Machen wir es hier hin. Was sieht es denn aus? Ui, was für ein riesen Ding. Wieso hat das keinen Strom? Wieso? Warte. Gut. Geht. Eieiei, was für ein riesen Ding hier. Wir haben die Freiheitsstatue mit Hammer gebaut. Eieiei, was wollte ich denn jetzt noch gucken? Ach, genau. Wie viele fahren denn jetzt? Wieso, wo sieht man das nochmal? Nicht hier. Da sieht man das. 1.300, wow. Das hat es ja ordentlich hochgebombt und Bürger auch. 5.000 jetzt. Zug und Schiff sind noch wenig. Also irgendwann reiß ich die scheiß U-Bahn-Dinger ab und dann mache ich da eins, 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 da eins und immer nur Linien, eine darüber, eine da und dann noch darüber. Und dann verbinden dann noch eine oder so, keine Ahnung. Dann habe ich dann auf einmal 100.000 Passagiere in der Woche oder so. Schön wär's. Kein einziger Verkehr mehr. Das wär's. Das wär richtig geil. Wobei, dann brauch ich auch keine Busse mehr. Naja, irgendwann, irgendwann wird alles besser sein als jetzt. Irgendwann wird es auch keinen Staun mehr geben. Hihihihi. Naja, ich glaub, der Stau von der Autobahn wird immer bleiben. Weil da fahren ja hauptsächlich LKWs, Traktoren, solche Donut-Booten, Hot-Dock-Booten und was weiß ich für Scheiße rum. Fährt eigentlich hier fast kein, hier, eins, zwei, Privatautos, drei, da zwei Roller, vier, fünf, sechs Autos, sieben Autos, acht. Sind eigentlich am wenigsten, wo da reinfahren. Von den Privatfuzzis. Alles Industrie und so scheiß, wieso dürfen die überhaupt hier fahren? Dürfen die doch eigentlich gar nicht. Hat er zählt das Ding hier auch zur Autobahn? Große Straße. Hm. Muss ich mal gucken, was ich da gesagt hab. Nein, Schwerverkehr oder Last oder Schwerlasten und so Zeug verboten. Hier ist es erlaubt. Da ist gar nichts gesagt. Also dürfen die da auffahren. Aber nein, die fahren alle hier. Hm, hm, hm. Wobei mir kann das auffällt. Ich glaub, ich mach das hier auch noch so rum. Dann hat's da ein bisschen mehr Platz. Bäää. Und dann von hier nach da. Ah, das geht gar nicht. So. Ah, scheiße. Wieso geht das so? Ich soll endlich nicht so fahren. Gut, dann muss ich so wohl lassen. Äh, geht auch nicht. Wieso geht das jetzt gar nicht mehr? Na gut, weil hier grad was gebaut wird. Deshalb, jetzt muss ich warten, bis die da fällig sind. Und dann kann ich da wieder bauen. Okay, das ist hier. Dann mach ich hier ungefähr. Sobald die fertig sind, wenn sie mal schneller machen würden, dann würde es auch schneller gehen. Fällig. Fällig. Ja, fällig. Ja, fällig. So geht's jetzt nicht. So geht's. So geht's. So geht's. Oh je. So geht's. So geht's. Okay. So geht's. 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 Sure. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.